Hallöchen allerseits, in diesem Part wollte ich sehr gerne mit euch gemeinsam das legendären Vogelpokémon Ho-Oh fangen, welches sich im Sin-Turm befindet oder auffällt. Nur das geht nicht so leicht, denn um dieses Pokémon treffen zu können, müssen wir erstmal Suicune, Entei und Raikou fangen. Suicune haben wir schon, das bedeutet in diesem Part machen wir uns auf die Suche nach Entei und Raikou. Und ich dachte mir, wir fangen an mit Entei. Schauen wir uns erstmal unsere Poké Buddies an, alle sind topfit, sehr gut. X-Bud werde ich an die erste Stelle setzen, denn X-Bud hat die Attacke Horrorblick am Start, das bedeutet, weder Entei noch Raikou können danach fliehen. Nur das Problem bei Entei ist, es hat die Attacke Brüller, die ist so nervig. Wie dem auch sei, Schritt für Schritt. Oh, okay. Das erste, was ich jetzt tun werde, Leute, ist, dass ich mir ordentlich viele Hyperbälle besorge. Ich glaube, einige von euch haben den letzten Part gesehen und ich Edi, während ich gegen Lugia kämpfe oder während ich Lugia fangen wollte, ist mir in dem Moment erst bewusst geworden, dass ich nur zwei Hyperbälle am Start hatte. Das war wiederum schade, weil den Meisterball wollte ich entweder für Entei oder Raikou verwenden, aber das war's dann wohl. So, fliegen wir einmal nach Mahagonia City. Vielleicht gibt es hier Hyperbälle. Ach, hier gibt es doch keinen Markt. War das nicht die Stadt, in der es keinen Supermarkt gibt? Genau da, genau da bin ich jetzt. Cool. Okay, Ebenholz City. Doch, hier bekommen wir definitiv Hyperbälle. Hier haben wir ja den 8. Orden in der Jotu-Region bekommen. So, tachchen. Willkommen, womit kann ich dienen? Kauf. Sehr schön. Kaufen wir mal, warte mal, 99. Ja, auf jeden. Alles klar. Also in den jetzigen Spielen ist das so, dass man mehr als 99 Hyperbälle, also mehr als 99 Items mitnehmen kann. Wie ist es jetzt in der zweiten Generation? Checken wir das doch mal gleich ab. Ich müsste jetzt 103 Hyperbälle haben. Ey, Bär. Du bist lahm. Auf, antworte mir. Ich Bär. Hey, wie geht es deinen Pokémon? Warst gut? Verstehe. Meinem Pokémon? Es geht ihnen sehr gut. Was stellst du denn für Fragen? Oh, sie wiederholt sich immer wieder. Ob mir je ein wildes Pokémon entwischt ist? Du stellst Fragen. Mir würde nie ein wildes Radikal entkommen. Oh, kein Problem. Du darfst gehen. Oh, das ist so unnötig und sinnlos, Bär. Was du hier gerade rumtreibst. Ich meine, ich habe kein Problem damit, dass du mich anrufst. Nur, ah, okay. Das wird also separat angezeigt. Ich glaube, das reicht. Wobei, ganz ehrlich, wo wir schon mal hier sind, kaufen wir uns eine weitere Hyperbälle. Weil wir wollen ja noch andere legendäre Pokémon fangen. Und ja, zu Bär. Also Bär. Wenn du mich anrufst, dann informiere mich mal bitte über Neuigkeiten. Topschutz, ja, nehme ich trotzdem mal mit. Aber das Problem ist, ich kann jetzt Topschutz nicht verwenden, weil X-Bud ist ja auf Level 51. Und wenn man zum Beispiel den Topschutz aktiviert, mit der Absicht, dass man nicht vom wilden Pokémon angegriffen wird. Dann muss man darauf achten, dass das Pokémon, was man selbst hat, vom Level her, auf einer höheren Stufe sein muss, als die wilden Pokémon. Sonst werden dich wilde Pokémon, die levelmäßig höher sind, als deine Pokémon oder beziehungsweise dein Pokémon, was du an die erste Stelle gesetzt hast. Dann wird das wilde Pokémon dich dennoch angreifen können. Okay, ich glaube, wir haben jetzt alles gemacht. Hyperbälle, X-Bud an die erste Stelle. So, als ich selbst die Silber in Edition gespielt hatte, kann ich mich daran erinnern, dass ich Entei auf der Route 38 zum ersten Mal erwischt hatte. Und dann irgendwo noch in dem Bereich. Da würde ich doch mal glatt sagen, ja, schön, wo wir schon mal hier sind. Suchen wir Entei. Genau, sehr schön, Schutzweg nicht mehr. Ja, Leute, das Problem, was ich jetzt habe, angenommen, ich möchte, dass mir Entei und Raikou angezeigt werden, damit ich deren Fontorte herausfinden kann. Aber ich habe die beiden noch nicht im Pokédex eingetragen. Nur Suikun. Das ist halt ein wenig schwierig im Moment. Das bedeutet, wir müssen jetzt so lange Entei suchen, bis es uns halt angreift, logisch. Mal schauen. Ein Magnetilo. Ja, wir werden jetzt des Öfteren fliehen. Es kann sein, dass diese LPs jetzt ein wenig zu monoton werden. Eigentlich würde ich sehr gerne, anstatt zwei Videos zu drehen, ein Video. Und zwar in einem Video zeige ich die Stelle, wo ich Entei erwische. Und Raikou. Aber das Problem ist, mit dem Laptop, was ich jetzt habe, ich kann den nicht zu sehr belasten. Daher habe ich auch kein Schneideprogramm am Start. Aber bald wird einiges wieder besser, denn ich habe bald wieder einen besseren Laptop. So, nur so am Rande. Das bedeutet, die WiFi-Battles werden wieder flüssiger und ich kann auch Meisterdetektiv Pikachu spielen. Und auch weitere 3DS-Games, wie Luigi's Mansion 2 zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall erfreulich. Einfach nur immer geduldig sein, Leute, und durchziehen. So ist das im Leben. So, da ist Radfratz. Nach dir suche ich nicht. Ja, deswegen sieht es momentan so aus, dass ich in einem Video Entei suchen werde. Und zwar in diesem. Und sobald ich Entei erwischt habe, mache ich da einen Cut. Es sei denn, es geht schnell, was ich aber nicht denke. Und dann im nächsten Video würde ich, sage ich mal, ich würde das, glaube ich, so machen. In diesem Video zeige ich alles genau. Also, jetzt zum Beispiel, wie ich angefangen habe, die Pokémon mir anzuschauen. Wie sie gerade so kraftpunktemäßig sind und ob ich die richtigen Items habe. Und jetzt mache ich mich gerade auf die Suche nach Entei. Okay, wenn ich jetzt Entei finde und irgendwann fange, dann würde ich doch glatt sagen, dass ich das bei Raikou nicht machen muss. Warte mal. Yeah! Yeah! Hammer, habt ihr das gehört? Das hat sich auch gleich anders angehört. Nice! So, schön. Entei wird jetzt im Pokédex eingetragen. Ja, genau das meinte ich, Leute. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn ich den nächsten Part aufnehme, dass ich nicht so viel suche. Sondern gleich aufnehme, wenn Raikou mich angegriffen hat. Was sagt ihr? Oder... Ach, wisst ihr was? Ich bin schon die ganze Zeit durcheinander. Bevor ich hier lange schnacke, konzentrieren wir uns erstmal auf Entei. Oh man, die Brüller-Attacke wird so nervig. Setze es gleich schon Brüller ein. Ah, Blut. Okay. Nice! Nice, ey. So schnell? Okay. Nee, ich glaube, ich setze lieber die Attacke fliegen ein. Da bringt auch die Attacke Brüller nichts. Ich hatte kurz vor dem LP gedacht gehabt, oder daran gedacht gehabt, ob ich Hypno mitnehmen soll. Um Entei einschläfern zu lassen. Nein! Nein, nein, nein. Genau das ist das Problem, Leute. Genau das ist das Problem. Und wenn ich dasselbe Video nochmal genauso aufnehme, auf Raikou bezogen, dann ist mein Bedenken, dass das vielleicht für euch nervig sein könnte. Wisst ihr, was ich meine? Lieber fange ich dann im nächsten Part mit dem Video so an, dass man gleich in den ersten Sekunden sieht, dass ich Raikou vor mir habe. Und wenn es auch irgendwie die Attacke Brüller einsetzen sollte, ich weiß gerade nicht, ob es die Attacke drauf hat, dann würde ich halt weitermachen im Video. Aber ich glaube, ich mache mir gerade ein wenig zu viele Gedanken. Aber ich glaube, diejenigen, die schon mal Entei und Raikou gesucht und gefangen haben, wissen, warum ich ein wenig nachdenklich bin. So, es befindet sich dort. Ah, jetzt könnte ich die Karte gut gebrauchen. Ah, was soll's. Dann machen wir das anders. Wir haben ja X-Bud und sobald wir diese Attacke einsetzen, können wir auch so auf die Karte schauen. Okay. Ich habe mich auf jeden Fall ein wenig informiert und man sollte lieber nicht fliegen, sondern gehen. Falls diese Information, die ich jetzt gerade geäußert habe, falsch ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ja, weil wenn man fliegt, soll es irgendwie ständig seine Position verändern. So, wir können das jetzt nochmal abchecken. Ach, was mache ich da? Ich muss ja in den Pokédeck schauen. Okay. Aber cool. So, okay, alles klar. Wir müssen auf jeden Fall wieder nach Teak City und dann nach unten. Mann, diese Brülle-Attacke ist so nervig. Ich weiß auch gar nicht, was ich dagegen machen soll. Vielleicht gibt es irgendetwas Item-mäßig oder wie auch immer. Vielleicht habe ich irgendetwas vergessen. Vielleicht kann man ja irgendwas machen, dass man irgendwie standhalten kann gegenüber dieser Brülle-Attacke. Aber positiv denken, Leute. Immerhin, Entei bin ich begegnet. Das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. So, hier vielleicht irgendwo. Falls wir irgendwie Entei fangen sollten in diesem Part, dann würde ich doch mal glatt sagen, dass wir auch, wo wir schon mal hier sind, einmal auf die Route 38 gehen und dem kranken Miltank einen Besuch abstatten. Und die Bären, die wir haben, dem Miltank geben, damit es sich besser fühlt. So, immer wieder in den Pokédeck schauen, denn Entei, es kann ja sein, dass es jetzt irgendwo anders ist. Oh, jetzt ist es da. Okay. Lieber Fahrrad benutzen, war. Okay, das Fahrrad benutzen wir jetzt. Ach ja, ich habe ja im letzten Part das so eingerichtet, dass ich nur auf Select drücken muss. Ah, immer ruhig bleiben. Hier irgendwo vielleicht oder weiter unten. Ja, ich glaube jetzt allmählich könnt ihr verstehen, warum ich gesagt habe, dass ich dem nächsten Part lieber so aufnehmen will, dass sobald ich Raikou getroffen habe, dass ich ab dann aufnehmen mache, also auf die Aufnahme drücke. So, was gibt es hier? Ja, ich meine mit einem Schneideprogramm ist das wiederum wesentlich leichter, ne? Dann kann man halt aus zwei, drei oder wie auch immer aus solchen Videos ein Video machen. Aber gut. Bevor Entei uns angreift, erkennen wir das aufgrund der Melodie, die auf einmal, naja, ich wollte erscheint sagen, aber die man halt hören kann. So, checken wir nochmal Entei ab. Boah, jetzt ist es. Wartet mal, wo sind wir? Ja, dafür braucht man auf jeden Fall Geduld, ne? Okay. Dann weiter nach unten und rechts abbiegen. Hier vielleicht? Nochmal. Ja, das ist jetzt echt heftig, Leute. Okay, dann checken wir nochmal ab, wo wir selbst sind. Gibt es hier noch irgendwo hohes Gras? Kann es sein, dass ich vielleicht falsch bin? Aber ich denke irgendwie nicht. Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind richtig. Wenn jetzt hier irgendwo hohes Gras ist, ist alles okay. Okay. Boah, Leute. Wie lange habt ihr eigentlich gebraucht, um so ein Entei und ein Raikou zu fangen? Auf Level 4 ist das süß. Ja, mittlerweile ist das wirklich süß. Ich meine, wir haben ja Monster-Pokémon im Gegensatz zu diesem wilden Pokémon. Aber okay, darüber muss ich ja jetzt nicht reden, wa? Okay, ach, jetzt ist Entei wieder da. Okay, ich versuche mal jetzt einmal zu fliegen. Nach Teak City wieder. Mal schauen, ob Entei immer noch da ist, unten. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Ah, was soll's. Ist gar kein Problem. Ich habe es mir nur ein wenig erschwert. So, Entei, irgendwo musst du doch hier sein, Kumpel. Hm, Fucano. Fucano, du bist auch ein cooles Pokémon. Dagegen will ich jetzt nichts sagen. Aber im Moment suche ich nach Entei. Also, Baybay. Hier vielleicht, 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 nein. Es ist nicht hier. Oh Mann, 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 Brüller ist so nervig, Brüller ist so nervig, Brüller ist so nervig. Also ganz ehrlich, das ist schon gut gedacht von Nintendo oder Game Freak, denn das ist wiederum ein weiterer Spaßfaktor und wenn man zum Beispiel so ein Pokémon gefangen hat, dann denke ich, dass man auch irgendwie Glücksgefühle ausschüttet, wie beim Sportunterricht oder allgemein, wenn man Sport macht. Im Sportunterricht, Mann, Mann, ich und mein Deutsch again. So, okay, wir sind eigentlich nicht verkehrt hier. Hier. Okay, hohes Gras, hohes Gras, hohes Gras, hohes Gras, hohes Gras, ho, ah, da, da, da. Ich weiß nicht, ob es gut ist, wenn man zu viel in Bewegung ist. Okay, kann das sein, dass es hier irgendwo ist? Oh Mann, Entei, ey. Ich meine, was soll ich jetzt den Zuschauern sagen, hä, Entei? Nur wegen dir? Naja, verschwenden wir Zeit. Ey! Ey! Raikou! Was? Heavy, heavy, heavy! Ey, yo, das ist auf jeden Fall geil. Gut, dass es gerade so abläuft, wie es abläuft, denn jetzt haben wir beide Pokémon im Pokédex. Horrorblick. Eine Elektroattacke und das war's für X-Bud. Naja, kommt drauf an, welche Elektroattacke eingesetzt wird. Oh Mann, ich frage mich gerade, ob Raikou die Attacke im Brüller drauf hat. Ja, das ist mein Fehler. Darüber hätte ich mich informieren sollen, wa? Checken wir mal ab. Donnershock. Okay, jetzt kommt... Ah, Ruxokiep, okay. Donnershock, Ruxokiep, das ist gut zu wissen. Ähm, ich könnte jetzt noch einmal Fliegen einsetzen. Hoffentlich gibt es keinen Volltreffer. Ich will nur Raikou abchecken, welche Attacken es drauf hat. Silberblick und welche Attacke ist die vierte Attacke? Hoffentlich kein Volltreffer, hoffentlich kein Volltreffer, hoffentlich kein Volltreffer, hoffentlich kein Volltreffer. Ja, 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 ja. Silberblick. Cool. Okay, Leute. Hyperball. Nein! Donnershock, Silberblick, Ruxokiep. Welche Attacke hat Raikou noch am Start? Ey, das wäre so genial, wenn ich beide Pokémon in einem Part fangen könnte, ne? Das wäre geil, aber abwarten. Ich begreife das nicht, Raikou. Ich begreife das einfach nicht. Wenn deine vierte Attacke Brüller ist, dann setze sie bitte nicht ein. Hm, Sandama. Eigentlich ist Sandama eine gute Option, aber... Ei, 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 nicht, dass Raikou Brüller drauf hat und auch es trotz Brüller einsetzt. Okay, ich riskiere es. Hey, hey, hey. Kein Angriff. Wie kommst du denn drauf? Wie kommst du da drauf? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wie bitte? Wieso ist das... Boah, boah, boah. Wieso ist das wilde Raikou geflohen? Ich habe doch Horrorblick eingesetzt. Warte mal, hat das damit was zu tun, dass... X-Bud komplett verloren hat oder weil X-Bud nicht mehr kampffähig war. Also nicht mehr an der ersten Stelle war. Muss X-Bud unbedingt vor Raikou und Entei stehen. Oh, Mann, Mann, Mann. Habe ich noch Top-Beleber am Start? Dann geht das schneller. Okay, eine Bäre am Start. Oh, Raikou, ey. Na, immerhin, Leute. Immerhin haben wir jetzt... Beide Pokémon im Pokédex. Ich sag mal so, wenn ich jetzt innerhalb in den nächsten 5-10 Minuten keine Erfolge erziele... ...dann mache ich das anders. Und zwar... ...im nächsten Part... ...hanter ich dann so lange nach Entei und Suikun, bis ich sie... ...bis ich eins von ihnen gefangen habe. Und sobald ich eins habe, mache ich einen Cut. Dann mache ich das nächste Video und lade dann halt 2-3 Videos hintereinander hoch. Oder 2-3 kurze Videos. Verzeiht mir dafür auf jeden Fall. Nur, das ist jetzt gerade meine momentane Lage. Deswegen muss ich halt dementsprechend handeln. Aber alles wird gut. Hauptsache, wir sind alle gesund und haben dennoch Spaß. Am Ende des Tages ist das ja hier... ...ne? Aber... ...ich will das nicht kleinreden. Das ist mir schon wichtig. Dieses Hobby. Okay, Entei ist jetzt da. Und... ...Raikou. Aber das ist schon ein wenig stressig, muss ich mal so nebenbei sagen. Hier, dieses Handen. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil man im Hinterkopf noch weiß... ...okay, ich mache dazu einen LP. Das kann auch sein. Natürlich denke ich in jedem LP fast an die Zuschauer. Ich denke halt immer, ist das gerade vielleicht zu langweilig, zu monoton. Aber ja, manche Spielbereiche sind nun mal so wahr. Ganz ehrlich, ich glaube, ich würde das sogar so machen. Ich mache jetzt schon einen Cut, Leute. Dann haben wir wenigstens Raikou und Entei im Pokédex schon mal registriert. Und das haben wir dann gemeinsam gemacht. So. Nach dieser Aufnahme mache ich mich dann mal ran an das Handen. Und sobald mich Entei oder Raikou angreift und ich es dann fange... Ja, dann lade ich dieses Video dann auf meinem Kanal hoch. Irgendwie so. Okay, Leute. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem LP. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao.